Ich bin auch gegen Köln wieder live im Stadion, bin schon ganz geil, vielen, vielen Dank Mario für deinen kranken Support und ich hoffe, wir kriegen es gegen Köln dann mal hin, dass wir uns sehen, oder? Würde ich sagen, Köln ist doch ein gutes Omen, wenn wir mal an das eine Community-Treffen denken und mir hatte hier gerade die liebe Mondprinzessin schon reingeschrieben, ich werde dir noch antworten, ich bin bloß nicht zugekommen, weil nach so einem Spiel war meine ganze Insta-DM-Seite komplett voll, aber ich werde dir noch antworten und das kriegen wir bestimmt auch alles dann organisiert, freue ich mich schon drauf und danke für dein Engagement da erstmal. So, also ich weiß wirklich nicht, mir haben es ja manche geschrieben, aber wann war ich das letzte Mal in einem Video so positiv angetan und begeistert? Also ich habe es alles versprüht, ich bin es ja immer noch, aber ich würde jetzt trotzdem gerne mit euch darüber reden, auch wegen dem kommenden Spiel, wir kennen das ja auch, wenn man dann mal so euphorisiert ist, wurde man auch schnell wieder runtergezogen von unserer Mannschaft, aber was müssen wir aus eurer Sicht, also ich möchte einfach ein bisschen mit euch kommunizieren, bevor wir in die Reactions reingehen, klar gibt jetzt unfassbar viel, auf das man reacten könnte, Hammer-Graphics, der Stadion-Vlog von Dennis und so weiter, aber das könnt ihr ja zur Not auch alleine gucken. Ich will auf jeden Fall mit euch auch gleich noch gucken, das geht auch nicht so lange, ich glaube 10 oder 15 Minuten in der Broski-Show, das hatte nämlich gerade hier Mava schon reingeschrieben, haben die über die Aufstiegsfavoriten der 2. Liga am letzten Montag gesprochen. Mal gucken, inwiefern sie da auch über uns sprechen, aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da ist auch George Boateng mit dabei, der Bruder der beiden Boatengs, der ja auch bei uns in der Jugendakademie ist, aber erstmal, also nach den beiden Spielen, das will ich mir, auch wenn ihr vielleicht Reactions wollt, ich will mit euch diskutieren über dieses Spiel natürlich und über das, was jetzt vielleicht noch kommen könnte, ich habe einfach so Bock auf Samstag schon wieder und das ist einfach so, also ich, ja, man denkt immer, es ist nur Fußball, man redet sich das auch manchmal ein, ja, wenn es nicht gut läuft, denkt man, ach, scheiß drauf, ist jetzt auch nicht so wichtig, es gibt wichtigere Sachen im Leben, aber man merkt ja, jeder von euch wird es genauso empfinden, wenn man Fan ist, wie unfassbar gut gelaunt man ist, wenn es gut läuft, oder? Es ist einfach, ja, es ist einfach toll. Schaks, Dankwunder Bits, ich hoffe nur nicht, dass alles wieder schlecht geredet wird, falls man gegen Köln verliert, das wäre kein Weinbruch, man hätte maximal sechs Punkte Rückstand auf Platz eins, nee, man darf dann auch nicht alles schlecht drehen, es wird ja auch auf die Leistung an sich ankommen, aber das, ja, es geht ja jetzt auch mal darum, eben jetzt mal den nächsten Schritt zu machen, ja, und nicht wieder dann diese Chance, die man sich dann mal nehmen kann, auch mit diesem Flow, den wir gerade haben, dann nicht zu nutzen, aber klar, danach ist jetzt auch nicht wieder alles schlecht. Wer erinnert sich noch an den Talk von Benni Weber und mir vor ein, zwei Monaten, wo er ja auch gesagt hat, es geht auch darum, nach zwei Spielen, die gut laufen, nicht alles hochzureden und die kritischen Sachen nicht mehr zu sehen und es geht auch darum, dann eben in schlechten Phasen nicht alles komplett schlecht zu reden, aber jetzt ist es ja das erste Mal in dieser Saison, nachdem man ja vorher auch viel Potenzial gesehen hat, dass wir auch mal in Spielen unser Potenzial entfaltet haben und das lässt einen natürlich positiv als Fan darauf blicken und auch positiv in die Zukunft blicken. Kosi Nator, danke für dein Prime-Abo, zwei Monate am Start. Erstmal muss ich mir mit euch, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, die Spielernoten von gestern angucken. Ja, Tjag Ernst, wie immer, ist ja klar, Tjag Ernst kriegt immer die gleiche Note. Ich verstehe nicht, also ich persönlich fand ihn auch fußballerisch gestern viel besser als gegen KSC. Hatte auch ein, zweimal schöne Flugbälle geschlagen über die anlaufenden Heidenheimer, perfekt in Fuß, so Diagonalbälle über 15 Meter. Ich verstehe nicht, wie man denen einfach immer eine 3 geben kann, aber gut. Kenny 2,5. Ja, ich bin jetzt auch Fan mit blau-weißer Brille. Ich bewerte in guten Spielen manchmal zu gut und in schlechten Spielen zu schlecht, weil ich da emotional rangehe, aber habe ich noch ein bisschen besser gesehen. Leistner 2, absolut verdient. Marton hat auch ein gutes Spiel gemacht, hätte ich eine 2 vorne gesehen. Sevolk, also bitte. Sevolk eine 3, finde ich hart. Karbovnik eine 3, finde ich mega hart. Also ich hätte hier keinen von den Spielern schlechter als 2,5 geben. Sessa 3, okay. Fand ich aber war auch wirklich sein bestes Spiel bisher bei uns. Cuisance 2,5. Okay. Scherhand besser als Cuisance. Ja, weil Scherhand ein Tor gemacht hat und man muss wirklich sagen, das war eins der besten Spiele von Scherhand überhaupt. Der war wirklich richtig, richtig aktiv, richtig gut an so vielen Sachen beteiligt. Der hat angefangen auf einmal zu zaubern. Da lupft er einen Ball über einen Innenverteidiger im 16er. War dann vielleicht auch ein bisschen zu verspielt, aber in der Situation hat er auch nicht viele andere Möglichkeiten. Oh, ihr seht schon, wie schnell ich rede. Ich bin, also Niederlechner eine 4 ist eine absolute Frechheit. Der hat so viele geile Läufe gemacht und mir hat das, ey, Leute, mir hat das so gut gefallen gestern. Das, was wir uns immer wünschen und was er unserem Mittelfeld auch hergibt, diese Positionsrotation, dass es endlich mal dynamisch im Positionsspiel war und abgestimmt. Wenn Niederlechner auf dem Flügel ausgewichen ist, was er ja auch schon gegen KSC öfter gemacht hat, dann ist Maser und Cesar sind halt in 16er oder in die Halbräume vorgerückt oder Cuisance. Cuisance dann auch mal auf der 6er Position. Dafür schiebt dann Cesar höher. Also Niederlechner eine 4 ist eine absolute Frechheit. Ja, okay, der hat kein Tor erzielt, hatte nicht so viele Abschlüsse, aber der war ganz, ganz, ganz entscheidend für meine Begriffe, für die vielen offensiven Aktionen, die wir gut ausgespielt haben. Also kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Mario, danke für 100 Bits. Da wir unseren Heimfluch im Pokal brechen konnten, bin ich zuversichtlich gegen Köln. Wenn man den Schwung der ersten Halbzeit gegen Heidenheim in das Spiel tragen kann, dann wird das was. Heimfluch im Pokal? Also jetzt in der letzten Zeit läuft es ja ganz gut. Und ich glaube, das zahlt dann auch ein. Wir hatten ja gestern... Ne, wo sehe ich das immer? Info, ne? Wir hatten ja gestern, obwohl, wie viele Heidenheimer werden da gewesen sein? Vielleicht 500, vielleicht waren es auch 1.000, ich weiß es nicht genau. Robert Kamp gab 5,5, Alter. 44.000, 15.000 mehr als letztes Jahr gegen Mainz. Und es ist ja nicht so, dass Heidenheim der attraktivere Pokalgegner ist. Aber dadurch, dass wir eben gesehen haben, sonst waren wir im Pokal immer eine Mannschaft, die früh gescheitert ist, dadurch, dass wir eben, ja, dass die Fans eben sehen, ey, da kann auch im Pokal was gehen. Die fighten im Pokal und vielleicht kommen wir wieder weit. Also wenn wir das jetzt wieder, vielleicht, Sonntag ist die Auslosung. Sonntag ist die Auslosung, wenn wir da Glück haben und irgendein Los bekommen, was machbar ist, dann kommen nächstes Mal noch mehr Zuschauer. Und das freut halt einfach. Die Stimmung war doch auch grandios. Also die war grandios gestern. Und das kann man immer nur wieder sagen, das fällt den Leuten nicht so auf, dann sollen sie mal ins Hertha-Stadion, ins Olympiastadion gehen. Wenn wir, also wir sind immer noch so underrated, guckt euch das an. Wie viele sind da? Ich frage das immer wieder. Ich glaube 15.000 Unterring- und Oberring-Ostkurve. Diese Mitmachquote, und das eben nicht nur beim Einhaken, da machen ja sogar noch die Außenblöcke mit, diese Mitmachquote ist wirklich beeindruckend und gibt es bei den wenigsten Klubs in der Form. Das ist wirklich unfassbar krass. Richtig geile Stimmung gewesen. Die Mannschaft hat es aber auch gut umgesetzt und endlich mal diese Stimmung auch mitgenommen und sich nicht verunsichern lassen, sondern hat sich tragen lassen. Und es war endlich mal diese Wechselwirkung, die man wollte. Ich habe es ja gestern im Video schon gesagt, dass dann eben auch mal in der Gegentribüne oder so mitgemacht wurde, auch wenn es nicht dauerhaft war, aber dass sie sich anstecken haben lassen. Also einfach geil, ey. Ich kann mich an 20k in der Euroleague vor acht Jahren erinnern, 44 gegen Heidenheim-Stack. Ich kann mich auch noch an Spiele erinnern gegen Ljubljana und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Noch vor den 2010er Jahren, glaube ich, oder in den 2010er Jahren, da sind wir hier, wie heißt das Stadion da, am Mauerpark, also Jansportpark, sind wir da in ausgewichen, weil irgendwie nur 14.000 gekommen sind. Also das ist echt richtig gut. Und nochmal bezogen auf deine Aussage, wir müssen so den Schwung der ersten Halbzeit mitnehmen. Ein Fehler, glaube ich, dürfen wir jetzt wirklich nicht machen. Es hat natürlich, also es ist immer eine Wechselwirkung. Wir haben wirklich eine grandiose erste Halbzeit gespielt. Die Frage ist halt, spielen wir das gegen die erste Elf von Heidenheim auch, wenn sie nicht in der zweiten englischen Woche in Folge wären und gerade am Sonntag noch um 19.30 Uhr ein Spiel hatten gegen Hoffenheim. Das ist halt wirklich eine Frage, aber es ist ja erstmal auch egal. Wir dürfen, das Einzige, was wir jetzt nicht dürfen, ist als Mannschaft selber abzuheben, sage ich mal, und sagen, ja, wenn wir das jetzt gegen Heidenheim, wenn wir die so hergespielt haben in der ersten Halbzeit, dann schaffen wir das gegen Köln auch. Wir müssen mutig werden, das soll uns Selbstvertrauen bringen. Wir sollten dadurch wissen, es geht doch, wenn alle dynamisch arbeiten, wenn wir viel laufen, wenn wir viele Räume reißen, wenn wir da reingehen, wenn wir ein konzentriertes Passspiel haben, clever spielen, es geht doch. Aber der Gegner wird ja auch, morgen kommt dann noch mein Vorbericht zum Spiel gegen Köln, ein komplett anderer Gegner sein, die auch wieder Mut geschöpft haben und für die es auch ein ganz, ganz entscheidendes Spiel ist. Aber ja, so den Schwung müssen wir mitnehmen, da hast du absolut recht. Marci, dank von der Bitz, Namtmänner, Achtung, Hochmut kommt vor dem Fall, lasst uns wieder kleine Brötchen backen und über Kuchen freuen. Ja, absolut. Also wir müssen, wir dürfen dadurch jetzt nicht abheben, sondern wir sollten genauso konzentriert bleiben, weil eine große Mannschaft das halt auszeichnet, dann auch mal eine Serie zu starten. Und wie gesagt, wie lange haben wir schon dieses Problem, dass wir nicht drei Spiele in der Liga in Folge gewinnen konnten? Scharks, dank von der Bitz, werden sicherlich einige Samstag zwei Spiele, werden sicherlich einige Samstag zwei Spiele machen, entweder Hertha, Frauen oder U17 und dann Profis oder viele fahren nach Hannover um 13 Uhr zum KSC und dann wieder zurück nach Hause. Nehmt euch die Zeit, kann man einen richtig geilen Fußball-Samstag auf jeden Fall machen. Übrigens Spieler des Spiels, Toni Leissner, auch verdient, hat wirklich super gespielt, aber Cuisance war es für mich. Hätte Kerber 22. voran Scherhahn verwarnen müssen, Gelb gegen Seevolk war übertrieben, falsch, dass der Heidenheimer 2-2 durch Wanner nachträglich abzuerkennen, wobei da auch manche gesagt hätten, dass es trotzdem regelkonform war. Der Schubser rund 10 Sekunden vorher von Schimmer an Martin Dardai außerhalb des Strafraums hätte, wenn überhaupt, deutlich zuvor abgefiffen werden müssen. Aber ich weiß nicht, ob das, ich kenne mich dahingehend nicht aus, weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen, ob man das dann nicht darf, das im Nachhinein, nur weil es nicht angezeigt wurde, wenn man es registriert hat, das erstmal weiterlaufen lässt. Er hätte vielleicht die Fahne heben müssen, aber ich weiß nicht, ob das nicht regelkonform ist, aber harte Bewertung hier. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Aber es ist ja gut, wenn es zu unseren Gunsten ist. Aber es war halt auch wirklich nicht so eine gute Linie zu erkennen. Scharx, danke für 100 Bits, aus Kurve zählt zu einen der besten Heimkurven in Deutschland. Und das ist kein Geschwafel, sagen viele. Ja, absolut. Und das hat sich auch nochmal krass entwickelt. Wirklich, zu früher. Mopilain schreibt, 8000 bei einem Quali-Spiel zur Europa League, 8-1 gewonnen, sechs Auswärtsfans. Ja, gab es wirklich öfter. DFB-Pokal waren immer ein bisschen mehr, gerade als so, weil die Gegner dann halt auch teilweise extrem unattraktiv waren in der Europa League, aber ja. Felicio, gönn dir mal bitte den Artikel vom RBB zum Comeback von Reze. Super interessant mit Statistiken zu seinem Einfluss auf unser Spiel und wie das mit Fjell matcht. Werde ich mir mal reinziehen. Ob wir es jetzt heute machen, gucke ich mal. Aber vielleicht machen wir es heute auch noch. Ich bin so aufgeregt, ich bin völlig aufgedreht. Mario, danke von der Bits. Das Wichtigste wird sein, oben an der Tabellenspitze dran zu bleiben bis zur Winterpause. Absolut. Stellt euch diese Mannschaft gestern mal noch mit einem Reze vor. Wahnsinn. Luis Oppi von Bielefeld ist ein krasser Baller und kommt aus der Hertha-Jugend. Den muss Benni auf der Liste haben. Ich habe das Spiel gestern nicht live gesehen. Ich habe mir nur die wilde Frisur. Ich habe mir nur die Highlights reingezogen. Hertha-Jugend. Tasmania früher, Hertha-Zehlendorf. Viele, die von unserer Jugend auch immer Richtung Hannover wechseln. Das ist natürlich auch nicht weit weg. Linksverteidiger, kann aber auch Innenverteidiger. Und Sechser. 1,84 bis 26 Vertrag. Ich gucke ja keine, nicht so wirklich dritte Liga. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass Cottbus einfach mal erster in der dritten Liga ist. Aber habe ich den Namen jetzt auch mal gehört. Danke dir. Gab es das früher nicht auch schon? Vor dem VAR, da wurden auch ab und zu Tore nachträglich aberkannt, nachdem die Schiris sich abgesprochen haben. Ja, habe ich auch so eine Erinnerung. Ich weiß aber auch nicht, gefühlt haben wir ja jedes Jahr andauernd irgendwelche Änderungen im Regelwerk oder in den Vorgaben für die Schiris. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja, wir reagieren doch gleich entspannt. Ich will erst mal ein bisschen mit euch quatschen über eure Meinung nach so einem geilen Spiel. Hallo, wir müssen unbedingt die Defensivleistung von Scherent loben. Ja, es war bei allen gestern richtig gut. Es war wirklich bei allen richtig gut, wie wir gegen den Ball gearbeitet haben. Und darauf wird es natürlich gegen Köln auch ankommen. Die werden uns ganz schön vor Herausforderungen stellen. Also so eine erste Halbzeit, wie wir sie gesehen haben, dass wir den Ball teilweise das Pressing antriggern wollen und die einfach sich nicht über die Mittellinie bewegen. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Es sei denn, Schuber will jetzt was völlig anderes machen. Aber dafür wird es auch Räume geben. Ich bin auch mal gespannt, die Köln-PK ist irgendwie noch nicht draußen, die werde ich dann mir morgen reinziehen. Bin mal gespannt, ob sie wieder mit Dreierkette agieren wie im Pokal. Es könnte dann vielleicht weniger Räume geben, aber auch gegen Kiel haben sie ja Räume angeboten. Moppilein schreit, klar gab es das, Linienrichter hebt die Fahne und der größte Fehler als Spieler war es ja immer darauf zu achten, anstatt bis zum Pfiff weiterzuspielen. Kennt heute keiner mehr, war ganz normal vor dem VAR. Aber der Schiri hat ja nicht die Fahne gehoben, so wie ich es gesehen habe. Wilder Bildartikel zu Köln, vergangene Woche, die Struber in einem internen Trainingsspiel hinter verschlossenen Türen von der B-Elf den Gegner simulieren. Die zweite Garnitur spielte also wie Paderborn mit der ungewohnten Dreierkette und gewann gegen die A-Elf mit Keller spielweise nach Informationen von Sportbild 5.1. Okay. Kann mir vorstellen, dass es bei den Linienrichtern schon im Unterbewusstsein ist, mit diesem später die Fahne heben wegen VAR, dass das einfach ein dummer Fehler war. Ja, im Endeffekt beschäftige ich mich jetzt damit nicht. Ich würde mich natürlich mehr damit auseinandersetzen, wenn es zu unserem Nachteil wäre. Ich verstehe, dass man, wir wären genauso sauer, wenn es andersrum wäre. Wir würden uns richtig, richtig drüber aufregen, gerade ich. Aber im Endeffekt kann man ja trotzdem unabhängig jetzt von, ob es vielleicht falsch umgesetzt wurde, darüber sprechen, dass es halt einfach auch ein Faulspiel war. Nach dem Braunschweig, also es ist ja jetzt nicht so, dass es komplett aus der Luft gegriffen war, was ich ja zuerst noch dachte. Frank Schmidt sagte in der PK, dass der Vorgang eigentlich nicht so ist und sie wurden dazu in Schulungen aufgeklärt. Ja, das habe ich auch gehört gestern in der PK, deswegen verstehe ich es auch. Aber er selber hat ja auch gesagt, also der Vorgang ist halt falsch, aber an sich war es nicht die falsche Entscheidung. Nach dem Braunschweig-Spiel waren so viele angepisst und haben hier schon wieder gehatet. Jetzt auf einmal ist der Messias alle mal auf dem Teppich bleiben, Mannschaft und Trainerteam in Ruhe mit der jungen Mannschaft weiterarbeiten lassen. Da werden auch immer wieder Rückschläge kommen und dann muss man cool bleiben. Ja, wie Scharke es vorhin reingeschrieben hat, selbst wenn es jetzt am Samstag so ist, aber natürlich trotzdem wünscht man sich doch, das wäre jetzt endlich mal auch so ein flutlich Top-Spiel mit absoluter Bundesliga-Atmosphäre für uns entscheiden. Ich finde Niederlechner einen riesen Faktor. Seine Cleverness gegen Braunschweig, seine Laufwege in Karlsruhe und gestern wieder das Ball abschirmen und Verteilen des Balles vor dem ersten Tor. Boah, das war so gut gemacht, wie er sich da fallen lässt bis auf die Mittellinie. Ich sage doch, unser Thomas Müller so von allem möglich. Er sieht nicht so atypisch aus in seinen Bewegungen wie Thomas Müller, aber er ist einfach so spielintelligent und reißt damit so viele Räume. Es ist wirklich, du hast absolut recht, diese Erfahrenheit vorne drin gepaart mit der Erfahrenheit von Toni Hinten, unsere jungen Mannschaft, in meinen Augen einen guten Rahmen. Florian Niederlechner ist für mich aktuell nicht rauszudenken. Absolut nicht. Nee, ist ja aber ein Heimspiel und Kaiserslautern ist ja kein absoluter Top-Gegner. Wir haben in Kaiserslautern gewonnen, aber ich meine jetzt so eine Heimspiele wie damals gegen St. Pauli, wo dann auch so eine geile Stimmung war, die waren auch für uns einfach zu gut, aber solche Spiele meine ich. Wir haben wirklich so oft Gegentore in der letzten Minute bekommen, da sollen die Heidenheim nicht abheben. Ja, wunschlos im Pokal. Sagt mal eure Wunsch, sagt mal euer Wunschlos im Pokal. Ich wünsche mir einfach einen Gegner, den wir schlagen können. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt nach Bielefeld reisen will, nicht, dass es jetzt das nächste Saarbrücken wird, aber meine Wunschgegner wären Regensburg zu Hause, Darmstadt zu Hause, glaube ich. Das wären meine Wünsche. Ich möchte jetzt nicht irgendwie auf Bayern, Stuttgart, Frankfurt oder so treffen, weil das ist, glaube ich, noch eine Nummer zu groß. Klar, kann immer alles passieren im Pokal, aber ich würde mir wirklich wünschen, Heimspiel, KSC wäre natürlich auch, habe ich gestern auch drüber nachgedacht, möchte ich, aber möchte man seinen befreundeten Klub rausschmeißen im Pokal? Ich weiß nicht, ich möchte lieber, dass beide weiterkommen können. Augsburg wäre noch, ich finde, wenn wir jetzt Augsburg bei uns kriegen würden, nicht, dass ich die unterschätze, aber da würde ich uns ähnliche Chancen einräumen, weiß ich jetzt nicht, ob Augsburg auch so krass, die haben ja keine Dreifachbelastung, ob die jetzt auch so krass rotieren würden, aber das würde ich nicht komplett ausschließen, dass wir da eine Chance haben, aber am liebsten wirklich so ein Gegner wie Regensburg oder Darmstadt, weil natürlich wollen wir weiterkommen. Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt eingenommen, ich glaube 800.000 oder so und die nächste Runde geht ja dann schon in den siebenstelligen Bereich, wenn du dann weiterkommst ins Viertelfinale. Ganz herzlich dein Michael P-Punkt. Bremen wäre auch krass zu Hause gegen Bremen, aber die sind ja auch nur weitergekommen durch diesen krassen Fehler. Wer hat denn den Fehler gestern gemacht? Hoffmeier, ne? Bei Paderborn. Ömmi, danke für dein Stufe 1-Abo, 31 Monate am Start. Felicio, es könnte sogar sein, wenn Hertha auswärts spielt, dass wir drei Auswärtsspiele in sieben Tagen haben, da das Pokalspiel zwischen Magdeburg und Fürth stattfindet. Kannst du mir mal das Datum sagen? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Im Dezember ist es dann, ne? Fürth ist doch eins der letzten Spiele dann, oder? KSC wäre wie FCK letztes Jahr, haben erst Ligaspiel gewonnen, aber dann Pokal verloren, also nein, danke. Augsburg zu Hause ging auch noch und Hoffenheim zu Hause, ja, Hoffenheim zu Hause wäre noch ganz gut, ne? Die haben sich auch schwer getan. Dritter, Vierter. Also Dritter oder Vierter, Zwölfter. Okay. Der Stress mit den Tickets war der nach der ersten Hälfte schnell vergessen, großartige Leistung, hatte kurz Angst, ist am Ende wie immer, war emotional völlig fertig, die Kurve schallert noch im Ohr und dann Ruhe, Verwirrung, was dann passierte. Wahnsinnsabend, bin dankbar, dass wir belohnt worden sind, ich auch. Der Sky-Kommentator war sonst eine Katastrophe, hat gesagt, dass die Mannschaft sich durch den Sieg ein Trainingslager an Alicante gesichert hat, sonst wäre es der Schenkendorf-Platz gewesen. Das haben mir gestern auch ein paar Leute erzählt, war mir auch nicht so bewusst. One and only Irish, grüß dich. Hoffenheim, dann können wir Tabakowitsch, Tabakowitsch hat gestern von Anfang an gespielt, bei Hoffenheim. Ich glaube, es kracht richtig und wir kriegen Bayern oder Leverkusen, bitte nicht, bitte nicht. Stimmt das mit Alicante? Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich habe es gestern auch nur das erste Mal gehört, ich wusste davon nichts, wir waren gestern Sky-Kommentator bei dem Spiel. Fiello hat dem mit Alicante aber nicht zugestimmt, als er gefragt wurde. Achso, das war da, okay, ich habe die Brücke gar nicht verstanden. Stefan Hempel, okay. Ja, was sind eure Einschätzungen? Stand in der Zeitung, okay. Was sind eure Einschätzungen? Was sind eure Gefühle? Was, sagt mal, was glaubt ihr, wie spielen wir gegen Köln jetzt? Es ist auch schwer einzuschätzen, wie Köln jetzt agiert. Pokal hat immer seine eigenen Gesetze, die hatten jetzt in der Liga Schwierigkeiten, zwei Liga-Niederlagen in Folge, einmal gegen Paderborn, dann dieses 5-1 in Darmstadt auswärts. Ich sage irgendwie, Schaks ist gleich der Erste, der reinschreibt, unentschieden. Ich sage irgendwie so, 2-2 ist, habe ich irgendwie auch im Gefühl. Leider lag Benni gestern falsch, dann liegt er wahrscheinlich Samstag mit seinem Tipp auch falsch. 2-0, Drops sagt auch 2-2, 3-3 oder so, es kann bei Hertha nicht alles perfekt sein. 2-1, 2-1, hoffe auf, ich glaube, es fallen viele Tore. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt beide Mannschaften auf Sicherheit und Abwarten spielen, also vielleicht versuchen sie es, aber ich glaube, das wird sich einfach nicht ergeben. 5-4, ja sowas, Mopilein, könnte ich mit leben. 1-2, sagt Mützelchen. Very Sauerkraut, 4-3 für uns, Früher hatte 3-1 für uns, eigentlich viel zu euphorisiert, um zu gewinnen. Ja, wie gesagt, immer wenn wir als Hertha-Fans eigentlich nicht mehr so viel erwarten, kommen auf einmal tolle Leistungen, das sagen mir auch meine Kumpels immer, also Hertha ist einfach immer, die sind eigentlich immer antizyklisch gefühlt und jetzt, wo alle wieder denken, ja, wenn wir so spielen, dann haben wir natürlich auch eine Chance gegen Köln, dann müsste eigentlich wieder eine schwache Leistung kommen, aber wir hoffen mal, dass wir den Flow einfach mitnehmen und mittlerweile solche Führungspersönlichkeiten da auf dem Platz stehen haben, dass es einfach läuft. Gestern haben ja auch die Einwechslung richtig gut funktioniert, mit Schula zum Beispiel. Einfach mal gewinnen, erste souveräne Heimsieg wäre wichtig, ja. Also ich finde auch Florian Niederlechner, also was ja jetzt auch ein paar von euch reingeschrieben haben, was der für einen Impact hat, selbst wenn er selber keine Abschlüsse hat, das ist unglaublich. Und da frage ich mich eigentlich wirklich, wie man so spät erst darauf kommen konnte, dass dieser stabiler Typ uns weiterbringt. Andi schreibt, ich glaube an einen klaren Sieg, diesmal wird es anders. Ich finde ja den Köln-Kader noch einen Ticken besser als Hertha-Kader an sich von den Nominellen. Also ich meine, wir haben ja damals auch Ed Brodsky geguckt, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo dann Hans Saper hier Hussein Basic so gefrontet hat und meinte, ja, das sind ja alles Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben, aber warum sind sie denn alle noch bei Köln und warum sind sie denn abgestiegen? So gut sind die nicht, ist immer so die Frage. Aber an sich, wenn du jetzt mal nominell gehst und da gibt es viele Spieler, wo man sagen würde, die könnte ich mir auch bei Hertha vorstellen, sind da völlig klar. Winkler und Torsten Zorn fand ich nicht so gut, ich auch nicht, aber ich fand Schula hat es gut gemacht, hat sich gut eingefügt. Polko fand ich nicht, Polko hatte ich glaube ich auch ein, zwei gute Aktionen gesehen. Vor allem seine Ballsicherung und seine Übersicht im Nachgang sind super wichtig, so wie die Tiefenläufe, ja auch die, irgendwie wirkt es so, als ob endlich mal, als ob er vorne derjenige ist, der für diese Abstimmung sorgt. Wenn ich jetzt auf den Flügel gehe, dann ist da der Raum für die zentralen Mittelfeldspieler, um in den Halbraum oder in den Strafraum einzulaufen etc. Das ist einfach auch, das brauchst du dem auch nicht erklären, wie das funktioniert, das ist aber eben einfach instinktiv. Ganz herzlich dein Michael. Was wäre dein Wunschluss im Pokal? Habe ich gerade schon gesagt, zu Hause Regensburg oder Darmstadt. Auch okay wäre zu Hause Augsburg zum Beispiel. Timo Turnschuh, danke für dein Prime-Abo, sieben Monate am Start. Ups, vergessen zu verlängern, da kam wahrscheinlich direkt die Werbung rein. Gibt es einen Kölner Spieler, den ich gerne hätte? Ich gucke mal ganz kurz in den Kader. Bin ja sehr zufrieden eigentlich mit unserem Kader, da wir ja, wenn dann er bei uns Probleme in der IV haben, wüsste ich jetzt nicht, ob ich mich da bei Köln bedienen wollen würde. Was glaubt ihr? Steht Schwebe ist jetzt Pokalkeeper oder steht Schwebe jetzt wieder im Tor? Ja, ein Hübers wäre schon krass. Er ist schon ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Da haben wir jetzt nicht den größten Bedarf. Fink-Grefe fände ich jetzt auch nicht schlecht, der ist aber eh gerade verletzt. Ich fand doch Pakarada, das kam jetzt noch nicht so zum Tragen, ist aber auch eigentlich ein krasser Standardschütze. Thielmann mit viel Tempo ist auch noch jung. Erik Martell ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Er gibt schon viele Spieler, die ich interessant finde. Lubicic, unfassbar flexibel einsetzbar. Hussein Basic mochte ich immer. Damien Downs, wir haben eigene Talente, aber Damien Downs finde ich gut. Ich finde auch eigentlich Tim Lemperle gut, auch wenn der im Moment noch viele Chancen braucht, aber er hat ja jetzt auch schon relativ oft getroffen. Aber es gibt schon viele Spieler, auch Lindenmeiner, wo ich mich nicht beschweren würde, wenn die in unserem Kader wären. Und Pakarada, mega gute Flanken, spielintelligent, standardstark, schaltet sich immer wieder ins Zentrum auch vorne rein oder schlägt dann eben auch Flanken. Kannst du Tabellenrechner machen für die nächsten zwei Spieltage, für die Euphorie? Ich lasse es lieber, weil ich damit immer nur jinxe. Ich werde natürlich morgen mein Vorberichtsvideo machen und in dem Vorberichtsvideo werde ich natürlich auch meine Tipps abgeben für den kommenden Spieltag, das muss reichen, aber ich will es jetzt nicht schon wieder zu krass jinxen. Kannst du Tabellenrechner? Lindenmeiner wäre echt Hammer. Wenn wir zu den Bayern müssen, dann schicken wir lieber unsere U23, dass unsere AF keinen Knacks bekommen. Es ist wirklich der Jinx-Rechner, absolut. Aber wir haben heute einige kommentiert, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in dem, wir haben doch auf den Broski-Real-Talk über Schalke reagiert. und da habe ich kurz darüber gesprochen, dass wir kein VAR haben und da habe ich noch im Positiven gejinxt. Ich hoffe, wenn eine Fehlentscheidung kommt, dass sie zu unseren Gunsten ausgeht. Also das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Wo wäre auswärts optimal? Optimal finde ich auswärts gar nicht im Pokal, aber wenn dann halt, ja, Darmstadt könnte man irgendwie noch reißen, Regensburg. Wolfsburg wäre natürlich für eine Anfahrt optimal im Pokal, will ich aber nicht spielen. Bielefeld ist echt unangenehm. Aber so Leipzig oder so will ich nicht haben als Gegner. Leipzig will ich nicht haben, Frankfurt will ich nicht haben, Leverkusen nicht, Bayern nicht. Das war auch so krass, wie dominant Bayern gestern in Mainz war, ne? Ja, ja, ja. Na gut, komm. Wir haben ein bisschen gequatscht. Hat Spaß gemacht. Ich gehe jetzt offline. Spaß. Ne, wir gucken uns uns Ed Broski an, wo sie über die Aufstiegsfavoriten sprechen. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF,